Das hier ist das erste Video seit zweieinhalb Wochen, als ich das letzte Mal in meinem Livestream zu euch gesprochen habe. Ich habe euch da gesagt, dass ich mich dazu entschieden habe, keine Livestreams mehr zu machen. Und in diesem Video will ich dir erklären, was meine Beweggründe dafür waren und was so meine nächsten Schritte sind. Ich finde YouTube eine fantastische Plattform. Es gibt Creators die Möglichkeit, zu Hunderten, Tausenden, Hunderttausenden Menschen zu sprechen, diese zu unterhalten oder sie mit einem gewissen Mehrwert zu versorgen. Meins war das Zweite. Ich habe versucht, in den letzten 15 Jahren auf eine gewisse Art und Weise einen Beitrag zu leisten, was euch hilft, eure Ziele zu erreichen, zumindest näher zu kommen oder euer Leben etwas zu vereinfachen. Angefangen habe ich damals mit dem, was ich konnte, was ich wusste. Das war Gesundheit, das war Fitness, das war Ernährung. Ich habe über mehrere Jahre Fitnesstipps weitergegeben, weil das damals meine Begeisterung war. Mein Herz hat für Gesundheit, Fitness, Muskeln und wenig Körperfettanteil geschlagen. Deswegen habe ich das auch auf die sozialen Medien übertragen, euch das mitgeteilt und da die ersten Follower, Fans, Freunde von meinem Content gewonnen. Menschen entwickeln sich im besten Fall. Und ich habe schon ganz viele Phasen in meinem Leben durchgemacht, wo ich meinem Instinkt gefolgt bin. Und dieser Instinkt, das ist die innere Stimme, dein wahres Ich, was zu dir spricht. Und ich rate euch an, das nicht einfach zu überhören, weil es das Beste für euch will. Irgendwann mal war für mich Fitness eine alte Leier. Ja, ich habe es satt gehört, satt erzählt. Und ich glaube, es gab da auch nicht wirklich weltbewegendes Neues, was mich zumindest mit Elan und Passion erfüllt hat, damit ich es euch weitergebe. Ich wollte nicht einfach nur weitermachen, weil ich in der Nische gewissermaßen an der Spitze war. Jemand war, auf den man gehört hat, aufgrund seiner Historie, aufgrund seiner Ziele, die er erreicht hat. Ich wollte nicht einfach nur so in diese Schublade von der Persona, die wir alle zusammen kreiert haben und als diese Person mein ganzes Leben lang existieren. Ich musste ausbrechen. Und das bin ich. Ich habe nach einer gewissen Form von Lebenskrise, Lebenskrise sind Krisen, wo unser Verstand sich nicht mit dem wohlfühlt, was er gerade durchmacht, was er gerade wahrnimmt. Und in meinem Leben war es so, gesundheitlich, Fitness, da war ich immer schon, immer schon, seitdem ich mich da hingebracht habe, auf sehr hohem Level, aber gewisse andere Lebensbereiche, die haben stark nachgehängt. Lebensbereiche, die mindestens so wichtig waren wie meine Fitness und Gesundheit. Dazu zählen Beziehungen. Wie ihr wisst, habe ich mehrere Beziehungen hinter mir, ganz viele weniger bedeutende, aber auch bedeutende Beziehungen, bei denen ich festgestellt habe, dass ich offensichtliche, einfache Fehler gemacht habe, die dann dazu geführt haben, dass zum einen die Beziehung selber nicht harmonisch und glückselig genug verlief, diese dann am Ende auch nicht hielt und wir gezwungen waren, auseinander zu gehen. Und offen gesagt, es hat so kommen müssen, damit bei mir wieder dieser Aufwachprozess stattfindet. Zu dieser Zeit habe ich mich plus minus gute zwei Jahre zu Hause eingesperrt. Ihr kennt vielleicht noch die Videos von meinem Balkon, Hochformat, als ich mich sehr stark mit der Thematik von Mann-Frau-Dynamik, maskuliner, femininer Energie auseinandergesetzt habe und euch letztendlich von meinen Erkenntnissen erzählt habe, indem, dass ich mein iPhone auf mich gehalten habe und angefangen habe, darauf loszuplappern. Das hat super viel Anklang gefunden, weil Beziehungen in eurem Leben genauso eine Rolle spielen wie im Leben von mir und allen anderen Menschen. Die Intention bei euch allen ist, dass das Leben wächst, dass wir expandieren, dass wir positive Emotionen erleben und wenn wir dann plötzlich merken, dass eine gewisse Form von Stagnation stattfindet, wenn wir feststellen, dass gewisse Lebensbereiche sogar eine Abwärtsspirale haben, dann sind wir hellhörig für die Informationen, die wir in uns haben, aber von außen hören müssen, damit es resoniert, aufwacht und wir so einen Aha-Effekt haben. Ich habe das über mehrere Jahre gemacht, wirklich in allen möglichen Bereichen habe ich euch auf meine Art und Weise versucht zu helfen. Ich weiß, über die Art und Weise, da lässt sich streiten. Nur, wenn es da draußen tausend Zuhörer gibt, gibt es tausend Meinungen, dann gibt es tausend Verstandsaufnahmen, das war kein Wort, aber verschiedene Filter, durch die meine Informationen gehen müssen. Und ich kann nicht auf eine Art und Weise reden, wie es jedem da draußen passt, Ich kann nur so reden, wie es in mir ist, beziehungsweise auf meine Art und Weise das Ganze kommunizieren. Ich habe darauf gehofft, dass man den Kontext versteht. Ja, den Kontext. Das bedeutet, die Botschaft aufnimmt und nicht wortwörtlich alles auf die Goldwaage tut. Einige Menschen tun das, weil sie sich zu stark von ihrem Ego leiten lassen. Ja, dann ist es so, dass ein Vergleich stattfindet mit ihrem aktuellen Leben, mit ihrem Wissensschatz. Und dann findet dieser Vergleich statt. Und im Vergleich ist es natürlich so, dass das Ego von jedem Einzelnen die Oberhand behalten möchte. Das sind dann die Kommentare unter den YouTube-Videos, die mich belehren wollen oder mich beleidigen. Ich habe das nie wirklich zu Herzen genommen. Nicht, dass ich euch nicht ernst nehme. Ich habe es nicht zu Herzen genommen, weil ich weiß, dass das jetzt das Ego ist, was den Kontext nicht verstanden hat oder es nicht wahrhaben möchte. Ja, auf alle Fälle hatte ich richtig viel Spaß dabei, weil es mich wieder sehr stark interessiert hat. Beziehungen, Freundschaften, die Beziehung zwischen Arbeitnehmer, Arbeitgeber, Kunden und Auftraggeber. Also jegliche Interaktion, jegliche Dynamik zwischen Menschen, das hat mich sehr stark interessiert. Und ich habe dann bald mal festgestellt, dass das gar nicht so kompliziert oder komplex ist, wie sich ganz viele vorstellen. Nichtsdestotrotz kriegt es kaum einer hin, Beziehungen zu führen, die florieren, Beziehungen zu führen, die in einer harmonischen Frequenz sind und dass sie in der Lage sind, die Sprache des Anderen zu interpretieren, zu verstehen, so zu agieren, dass man selbst und die andere Person davon profitiert. Dass man ein Herr der Beziehungen wird, ein Meister von Menschen wird. Das ist nicht so schwer. Nun, ich habe das dann über wirklich, ich würde behaupten, mittlerweile sind es knapp sieben Jahre und ich war wahrscheinlich einer der Ersten im deutschsprachigen Raum, der diese Mann-Frau-Dynamik mal auf den Tisch gebracht hat. Mit der Intention, euch zu helfen. Nicht, dass ich euch gegeneinander aufbringen möchte. Niemals. Ich bin weder für Männer oder gegen Frauen, ich bin für Menschen. Und meine Absicht ist es, euch zu dienen, indem, dass ihr mit diesen Informationen was Produktives anstellt. Das ist natürlich abhängig von der Geistessituation, von der mentalen Situation jedes Einzelnen. Nun, lange Rede, kurzer Sinn. Irgendwann ist auch dieser Bereich für mich nicht mehr ganz so aufregend gewesen. Ich habe mich auch da sozusagen satt gegessen und habe das dann von A bis Z wieder zurück, vorwärts, rückwärts durchgeplappert und kann heute ruhigen Gewissens sagen, ich kenne mich relativ gut aus. Es ist auch nicht kompliziert. Nur wurde es langweilig, ständig dieselben Themen aufzutischen. Nur aus der Überlegung raus, dass ich jetzt plötzlich aufgrund dieses Themas immer mehr Follower generiert habe. Diese waren durstig und hungrig nach teilweise Wissen, andere nach Blut. Die wollten da entsprechend diese Provokationen raushören für sich selber als Bestätigung für ihr Ego. Und da habe ich halt so lange jetzt weitergemacht, bis ich dachte, okay, jetzt muss ich langsam in eine andere Richtung schwenken. Und das habe ich auch. Seit gut einem Jahr ist es so, dass ich kaum Videos zur Mann-Frau-Dynamik mache. Könnt ihr gerne in meiner Historie anschauen. Die Videos, die ich in den letzten Monaten gemacht habe, gingen mehr Richtung Lebenscoaching. Da ging es wirklich darum, dass man das Leben in den Griff kriegen sollte. Nun, mein großes Problem war es, dass ich ganz, ganz viele noch aus der Vergangenheit als Follower, also das ist kein Problem, das ist ein schönes Problem zu haben, aber ich habe ganz viele Follower, die aus sehr, ich sage jetzt mal, auf einem fast schon instinktiven Level, ja, Instinkte, unsere niederen Instinkte, die wollen überleben und die wollen sich vermehren. Und ich hatte ganz viele, die wollten mehr im Leben, weil sie wenig hatten, sich vermehren, weil sie nicht die Gelegenheit hatten und somit aus meinen Worten Strategien rausschöpfen, damit sie diese Strategien gewinnbringend anbringen können. Das funktioniert teilweise, bis du an einem gewissen Punkt angekommen bist, wo du wieder eine Strategie brauchst. Ja, und das ist, weiß Gott, nicht deine Art und Weise, um im Leben voranzukommen. Immer Schritt für Schritt für Schritt als jemand, der immer nur mit Ideen und Strategien funktioniert und selber nicht wirklich aus einem Fundament von Wissen agiert, was ihm Tür und Tor für alle möglichen Wunder im Leben öffnen könnte. Ich habe in den letzten gut 18 Monaten vermehrt über gewisse Dinge geredet wie Politik, Dinge wie Philosophie, Geschichte. Ich habe euch versucht, in die Welt der Frequenzen, in die Welt der Metaphysik mit reinzuziehen und habe gemerkt, dass bestimmte 20 Prozent, mindestens 20 Prozent von euch wahrscheinlich das sehr positiv aufgenommen haben, weil wir gerade weltweit einen heftigen Aufwachprozess mitmachen. Davon bin ich überzeugt. 80 Prozent, die sind immer noch sehr instinktiv unterwegs, die schauen Videos, um sich unterhalten zu lassen oder irgendwie was rauszuhören, damit das Ego wieder was zu feiern hat. Aber diese 20 Prozent, die haben die Tendenz, weiter zu wachsen. Und der Hauptgrund, wieso Menschen gerade jetzt in einem Aufwachprozess sind, ist der, dass wir mittlerweile gemerkt haben, dass das Skript, in dem wir leben, die Ideen, die wir mitbekommen haben, von wegen, wir gehen zur Schule, schreiben gute Noten, machen eine Ausbildung, finden eine gute Arbeit, Karriere, dann Schaffe, Schaffe, Häusle, Bauerkinder, Rente und dann ziemlich bald Game Over. So, dieser Skript, den ganz viele jetzt mittlerweile durchblicken, was sie bei anderen auch sehen, wohin das es führt, das erfüllt sie nicht. Menschen haben erkannt, dass dieser Skript uns nicht glückselig macht, uns nicht in ein höheres Bewusstsein bringt und nicht etwas ist, wofür man sein Leben opfern sollte. Ich sage nicht, dass wir nicht arbeiten sollen. Ich sage nicht, dass wir uns anstrengen sollen, ganz und gar nicht. Aber dieser ständige Kampf, das Hasseln, der Widerstand, die Reibung durch die Hölle gehen müssen, damit am Ende des Regenbogens der Goldtopf dich belohnt, da haben ganz viele erkannt, da ist was faul. Und das ist nicht neu. Dieses Aufwachen wurde auch global von gewissen Puppenspielern auch erkannt, logisch. Es ist eine gewisse Form von Disbalance, was momentan passiert. Und deswegen wurden in den letzten Jahren auch ganz, ganz viele Problemchen in die andere Seite der Waagschale gelegt, um uns wieder aus unserem Bewusstsein in unsere primitiven Instinkte, in unsere Gedanken wieder zurückzudrängen. Krankheiten, Krisen, Kriege, Katastrophen. All die Informationen, die dich sofort wieder mental in Herausforderungen reinstürzen. Du bist ganz schnell wieder in einem tiefen Bewusstsein. Angst, Scham, Schuld, Unsicherheit. Und in dieser Schwingung ist es nicht möglich, konstruktiv zu leben. Nicht möglich. Unmöglich. Ich habe das erkannt und habe mich eigentlich seit, wahrscheinlich sind es mittlerweile etwas über eine Dekade mit dieser ganzen Metaphysik auseinandergesetzt. Und ehrlich gesagt war der Erfolg, den ich mit mir hatte oder mit meinen Athletinnen in der Vergangenheit hatte oder mit meinen Kunden habe, das ist nicht dem zu verdanken, dass ich ein besonderes Talent mit in die Wiege gelegt bekommen habe. Nein. Das ist einfach nur, weil ich verstanden habe, dass Menschen das Leben absolut nicht verstanden haben. Ich hinbegriffen. Ich habe die falschen Informationen mitbekommen, falsche Ziele mit mir getragen, ein falsches Leben gelebt. Bis ich aufgewacht bin und über mehrere Jahre zuerst mal angefangen habe, gewisse Dinge loszulassen, die ich für meine Identität, für meine wahren Ziele hielt. Das war nicht einfach. Das war nicht einfach, aber notwendig. Und an dem Zeitpunkt, wo man Dinge loslässt, passiert was Wunderbares. Jetzt stellt man plötzlich fest, worum das im Leben überhaupt geht. Was tatsächlich Wichtigkeit hat. Was tatsächlich wertvoll ist. Und das, liebe Freunde, ist meine Mission. Das, liebe Freunde, ist meine Aufgabe. Das ist mein Beitrag, bei dem ich euch mitnehmen möchte. Aber natürlich nicht in Form von Massenunterhaltung, indem ich euch seichte, so provokative Informationen in Form von Shorts weitergebe. Das geht nur, wenn wir bereit sind, uns zu entwickeln. Und entwickeln, wie der Name es sagt, ist, du entwickelst, baust etwas auf, was momentan zerknüllt ist. Und das Zerknüllte, das sind die Glaubenssätze, die wir uns in der Vergangenheit angeeignet haben. Die Überzeugungen, die wir mit uns nehmen, in uns tragen. Kernüberzeugungen, die wir als Identität festhalten und sogar verteidigen. Und die sind oftmals im Konflikt mit dem, was du eigentlich im Leben möchtest. Das ist schwierig nachzuvollziehen. Aber glaub mir, es ist möglich, ein reiches, und ich meine das nicht nur seelisch und mental, emotional reich, auch finanziell, ein reiches Leben zu führen, wenn man die richtigen Glaubenssätze hat. Nicht solche Manifestationen, die nicht mit deinen Werten übereinstimmen. Es ist keine Manifestation zu sagen, ich muss durch die Hölle, ich muss um 4 Uhr morgens aufstehen, kalt duschen, Dinge tun, die ich nicht mag, ich muss anders sein als andere. Das, mein Freund, ist die Art und Weise, wie du dir vielleicht, auch wenn du erfolgreich bist, eine Krankheit anzüchtest. Es gibt da diesen lustigen, dieses Wortspiel, diesen Spruch, die Seele sagt dir dem Körper, hey, sagst du ihm, auf mich hört er nicht. Und das ist auch sehr oft der Fall, dass erfolgreiche Menschen, finanziell oder beruflich erfolgreiche Menschen, in der Regel, nicht selten, in der Regel, dysfunktionale Beziehungen haben. Sie werden nicht respektiert von ihren Kindern, nicht geliebt von ihren Partnern, haben kaum echte Freunde, nur irgendwelche Ja-Sager, die sie umschwärmen. Weil heutzutage Geld unser neuer Gott ist und der, der Geld hat, wird Ansehen genießen, weil wir als Menschen dazu indoktriniert wurden, ständig zu glauben, dass wir im Mangel sind und nie zufrieden sind mit dem, was wir bereits haben, die Dankbarkeit vergessen haben und aus dieser Mangelenergie nie in der Lage sind, die Fülle anzuziehen. Also, ich will euch mitnehmen, definitiv, aber ich weiß nicht, ob YouTube der richtige Kanal ist. Bei YouTube, da verlieren sich leider ganz viele Leute, die schon gewissermaßen apathisch sind und sich unterhalten lassen, weil sie sonst nicht viel mit ihrer Zeit anzufangen wissen. Andererseits gibt es natürlich Leute, die spezifisch auch Informationen suchen und vielleicht einer Handvoll von Content-Creatoren folgen und diese haben natürlich viel mehr davon, aber nicht desto trotz, glaubt mir eins, ihr müsst mehr reinstecken, mehr Zeit, mehr Energie da reinstecken, um sicherzugehen, dass tatsächlich eine Entwicklung stattfindet. Weil, wenn man Menschen was gibt, ich gebe dir jetzt dieses Video, dieses Wissen umsonst, dann bist du dankbar. Ja, du bist überrascht und bist dankbar. Beim zweiten Mal fängt aber so ein gewisser Prozess an, wo du in die Erwartungshaltung kommst. Er ist ja selbstverständlich. Das ist ja sein Job. Der hat ja sonst nichts zu tun. Beim dritten Mal, wenn da kein Video kommt, bist du vielleicht sogar enttäuscht und böse darüber, dass der Typ, der regelmäßig dir was schuldet, nicht mehr liefert. Okay, das ist Psychologie. Und ich lade euch dazu ein, vielleicht auch Inputs zu geben, mir persönlich, wie ich einen Kreis von Menschen bekommen kann, die tatsächlich bereit sind, an sich zu arbeiten. Ich will niemandem zu nahe treten, aber das Zielpublikum, zu dem ich sprechen möchte, ist in der Regel 35 aufwärts. Es gibt auch ganz aufgeweckte, helle Köpfe, die jünger sind. Ihr seid auch angesprochen. Aber an die 40 passiert was mit dem Menschen. Weil dann hast du wirklich vom Leben die Bestätigung bekommen, dass all die materiellen Dinge, denen du nachgerannt bist, für die du so viel aufgeopfert hast, tatsächlich nicht erfüllen, tatsächlich nicht glücklich machen. Fragt die Reichen, die haben einen Vorteil gegenüber den Armen. Sie wissen, 100%ig das Geld nicht erfüllt. Geld ist nicht schlecht. Ich wünsche euch allen Reichtum. Ich wünsche euch allen Geld, dass ihr alle Möglichkeiten habt. Aber ich will nicht, dass ihr von Materie besitzt werdet. Besitzt macht besessen. Und das kann halt sein, dass du dann plötzlich dich so stark identifizierst mit Besitz und so stark auch an Besitz klammerst und deswegen erfolgreich sein möchtest, dass du entsprechend in der falschen Energieform bist, in der materiell tiefsten Energieform bist, wo du wieder aus Mangel handelst und wegen Wettbewerb letztendlich das tust, was du glaubst, das dich erfolgreich macht. Ich will, dass du den Porsche fährst, wenn du Bock drauf hast. Ich will, dass du in touch, in touch, das ist jetzt Englisch, mit dem Porsche bist, aber nicht attached. In touch bedeutet, du sollst es haben und loslassen können. Es soll dich nicht besitzen. Attachment bedeutet, dass der Besitz dich kontrolliert. Also, ich habe mir vieles überlegt. Ich überlege mir tatsächlich auch, eine spezifische Gruppe zu machen außerhalb von YouTube, weil mein Content ist nicht unbedingt für YouTube gemacht. Und das, was ich mit euch besprechen möchte, auch regelmäßiger besprechen möchte, ist nicht für YouTube gemacht. Nur, wenn ich euch auf eine andere Plattform einlade, da merke ich halt, dass das Publikum sehr wenig bereit ist zu investieren. Alleine der Schritt von YouTube weg, was ja an und für sich mit ein paar Klicks und fünf Minuten erledigt ist, ist für die meisten da draußen schon viel zu viel. Wir sind zu faul. Wenn Chancen sich ergeben, wenn das Leben anklopft, dann ist es so, dass wir vorbeilaufen oder es vorbeiziehen lassen. Wir haben das Gefühl, da kommt schon was. Da kommt was Besseres. Und die Zeit vergeht. Und unter Umständen ist es so, dass solche Chancen sich nicht wieder ergeben. Alleine die Tatsache, dass Leute nicht bereit sind, das habe ich mal bei Rumble gemacht, geht nicht auf Rumble, da kommt nicht Neues, aber alleine, dass ich gesagt habe, hey Leute, kommt doch auf Rumble, weil auf YouTube riskiere ich, gelöscht zu werden, weil ich schon einige Strikes bekommen habe, aufgrund des Contents, die ich für euch gemacht habe. Da habe ich gemerkt, dass die wenigsten überhaupt bereit sind, in die Handlung zu kommen. Geschweige denn, wenn ihr plötzlich Geld in die Hand nehmen müsst. Geld. Eigentlich nur eine Energieform. Potenzielle Energie. Potenzielle Energie. Und wo steckst du das rein? In Dinge, von denen du Angst hast, Konsequenzen, negative Konsequenzen zu erfahren, wie Gebühren oder Steuern oder Rechnungen, weil ja dort dann letztendlich der Staat kommt und dich straft, wenn du es nicht zahlst. Oder du steckst es in kurzfristige Investitionen, die deine Emotionen, wie gesagt, kurz- bis mittelfristig auf eine Höhe der Frequenz bringen, dich wieder taub für dieses Erlebnis machen, sodass du in einer Konsumschleife gefangen bist und immer wieder dieses Muster verfolgst, was kaufen zu müssen, damit du wieder dich lebendig spürst. Ich rede jetzt hier von, wenn du, ich habe da kein Konzept, ich habe keine andere Plattform, ich suche und ich bin bereit, mit euch was zu kreieren. Ich suche irgendetwas, wo ich mit den Menschen zusammenarbeite, die tatsächlich wollen, die nicht einfach nur da sind und 20, 50 Leuten zuhören, dazwischen Katzenvideos anschauen und auf nackten Ärschen rumswipen auf Instagram. Ich suche die Menschen, die verstanden haben, dass sie ihr Leben in die eigenen Hände nehmen und so leben können und wollen, wie es ihren Vorstellungen entspricht, in einer stets hohen Frequenz, in ständiger Glückseligkeit, in Frieden, in Harmonie und nicht in diesem Wettbewerb, wo wir jedes Mal nach einer gewissen Strategie suchen, damit wir endlich aus dem Loch rauskommen und uns blenden lassen von den Leuten, die uns erklären wollen, dass wir auf der falschen Seite sind und dann entsprechend zu ihnen kommen sollen, damit wir dann entsprechend mit ihrer Strategie, mit ihrem Wissen aus dem Loch rauskommen. Das funktioniert nicht. Ich habe das oft versucht, wahrscheinlich hast du das schon oft versucht und irgendwann mal, wenn du in die zweite Lebenshälfte eingetreten bist, wirst du merken, die Wahrheit ist nicht, da draußen zu suchen. sie ist und war schon immer hier, in dir drin. Nur nochmals kann ich mit solchen Menschen zusammenarbeiten, wenn sie ein gewisses Commitment abgeben. Ich bin auch bereit, auf einer anderen Plattform, sofern ich mir das einrichten kann, regelmäßig Live-Videos mit euch zu machen. Live über solche Sachen zu reden, die tatsächlich relevant sind. Euch so in die Welt mit reinzunehmen, wo ich mich stark mit beschäftige, was mich interessiert, euch von der ersten Stufe, von der primitivsten Stufe, wo die Konkurrenz stattfindet, wo alles sexualisiert wird, wo Konsum stattfindet, wo Wettbewerb stattfindet, wo Egos regieren, wo, ich würde behaupten, 99% der Menschen drin leben, bis sie tot sind, euch auf die nächste Ebene zu nehmen, wo ihr endlich in der Lage seid, euer Geschenk von einem fantastischen Gehirn, was für euch arbeiten möchte und kann und euren Fähigkeiten, eurer fast unendlichen Potenzial als Mensch zu profitieren und den Code so zu knacken, dass ihr endlich in der Lage seid, euer Leben so zu leben, wie es eigentlich gelebt werden müsste. Nicht so, wie wir programmiert wurden. Ich werde euch in diesen Videos das Wissen mitgeben, was ich mir angeeignet habe, teilweise durch Lesen, teilweise durch andere Informationen, aber verdammt vieles durch Reflexion, durch Selbsterkenntnis, aber ich brauche euer Commitment und das Commitment wäre, mein Gott, weißt du, wenn du bereit bist für deine Entwicklung, für wirklich wichtige Themen, die du am selben Tag noch anwenden kannst und die sofortig auch Resultate liefern in deinem Leben, potenzielle Energie, vielleicht 5 Euro, ja, sag mal 5 Euro, da investieren müsstest. Das ist kein Betteln. Ich brauche diese 5 Euro nicht, ja. Klar brauche ich Geld für meinen Lebensunterhalt, habe mein Einkommen, meine Firmen, aber ich will mit Menschen zusammenarbeiten, wo die Energie fließt, wo ich dann sage, ich nehme mir das verdammt gern die Zeit, weil es Menschen sind, die ich liebe und die lieben mich zurück und es passiert da was. Ich will an einer goldenen Generation, an einer goldenen Eder arbeiten, wo jeder von euch erleben kann. Jeder. Ich wünsche euch die Glückseligkeit, die auf euch wartet und dafür müsst ihr raus aus alten Mustern und diese alten Muster, dieses Handeln aus Knappheit, diese negativen Emotionen, die durch Gedanken verursacht wurden, die nicht mal deine eigenen sind. Das ist einfach nur gespeichert in deiner Festplatte und zusammengemischt durch dein Gehirn und dann projizierst du ein Bild nach außen und dieses Bild verursacht dann eine negative Energie, eine negative Schwingung und entsprechend bist du dann die Antenne, die diese negativen Dinge anzieht und dann feststellt von wegen, ja siehste, die Welt ist schlecht. Also, das war wieder ein kurzes Lebenszeichen. Ich, wie ihr seht, bin ich noch in einem Prozess drin. Ich überlege mir, wie ich einen echten Impact mit euch zusammen haben kann. Ich will mir die Menschen aber richtig aussuchen, mit denen ich zusammenarbeite. Ich habe genug von Unterhaltung, von dieser Provokation auf YouTube. Ich werde weiterhin Videos machen, damit ich die Leute dann entsprechend anspreche und dann entsprechend auch denen helfe, die auf diesem Level sind und das hören, was ich eigentlich sage. Die nicht nur hören, sondern verstehen, die dann aber auch entsprechend eine Entwicklung durchmachen und das Leben anziehen, erleben, wovon sie heute tatsächlich nicht träumen zu wagen. Wunderbare Beziehungen, die funktionieren und Erlebnisse, Möglichkeiten ohne dieses Hustlen, ohne diese Reibungen, ohne dass du kämpfen musst, ohne dass du ständig im Widerstand mit dir selber bist. Also, wenn du was dazu zu sagen hast, freut es mich zu lesen, schreib es bitte in die Kommentare. Alles, was ich jetzt gesagt habe, ungescriptet, aus tiefstem Herzen, für dich und dein fantastisches Leben, was hoffentlich auf dich wartet.